Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir ganz einfach einen Netflix-Rutschein einlösen können, sodass uns der jeweilige Betrag dann eben gut geschrieben wird. Als allererstes öffnen wir dafür mal irgendeinen Browser, ob wir das jetzt auf dem PC machen, auf dem Handy oder sonst wo, spielt überhaupt keine Rolle. Hier suchen wir dann natürlich als nächstes einmal nach Netflix. Ansonsten lasse ich euch dazu aber natürlich auch nochmal einen Link ganz oben in der Videobeschreibung. Hier gehen wir dann auf die offizielle Netflix-Website drauf und da melden wir uns als allererstes einmal kurz in unseren Account an. Ich stelle das Ganze hier extra nochmal kurz auf Deutsch. Oben rechts gibt es diesen Button Einloggen, da klicken wir einmal drauf und melden uns dann einmal kurz mit unserer E-Mail-Adresse und unserem Passwort an. Sobald wir dann also einmal in unserem Account drinnen sind, haben wir oben rechts in der Ecke schon unser Profil. Da gehen wir einfach mal mit dem Mauszeiger drüber und dann klicken wir hier auf Konto. Dann werden wir schon zu dieser Seite hier weitergeleitet und da gibt es dann eben diesen Punkt Geschenkkarte oder Aktionscode einlösen. Auch da klicken wir einmal drauf und dann können wir hier schon den Code eingeben. Im Endeffekt geben wir dann natürlich einfach den Code ein. Ihr werdet den Code ja wahrscheinlich entweder per E-Mail oder so bekommen haben oder ihr habt eben tatsächlich eine Karte, wo der Code dann eben freigerubbelt werden kann. Da steht er dann, den gebt ihr hier einfach ein und klickt dann auf Einlösen. Logischerweise funktioniert dieser Code jetzt hier nicht. Aber wenn ihr das gemacht habt, wurde euch eben schon das jeweilige Guthaben gutgeschrieben. Ja, falls ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!